Deutsch sein, aber ich werde spanische Untertitel hinzufügen. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Amala, ich bin eine deutsche V-Tuberin und heute werden wir State of Decay 2 spielen. Es ist ein Zombie-Überlebensspiel. Zombie-Apokalypse. Ich habe dieses Spiel schon eine Weile nicht mehr gespielt, also seid bitte geduldig mit mir. Etwas, das ich später überprüfen muss, ist, dass die Untertitel viel früher als der Ton erscheinen. Vielleicht werde ich es später synchronisieren. Ein paar meiner Bürger kämpfen gerade, aber ich koche gerade und sende sie zum Ausruhen. Das sollte ihre Moral verbessern. Ich brauche Waffen. Das ist eine gute Waffe, ich glaube sogar, dass es eine der besten ist. Es ist automatisch, aber ich benutze sie im Halbautomatik-Modus, um Munition zu sparen. Ich höre eine Horde in der Nähe. Ich glaube, sie sind unter der Brücke. Ich glaube, sie sind unter der Brücke. Ich werde den Feral jagen, der ein sehr schneller und gefährlicher Zombie ist. Ich mag es nicht, dass er so nah an der Basis ist. Noch einer und tot. Oh oh, ich glaube, eine Horde ist hereingekommen. Die Horde versucht in die Basis zu kommen. Nun, es war ein bisschen chaotisch, aber es hat funktioniert. Oh oh, es gibt eine Horde von den Schreien. Das Gute ist, dass es in dieser Gegend kein Herz des Bösen gibt, es ist nicht so infiziert. Was ich brauche, ist Benzin. Jemand bittet um Hilfe. Es muss ein Überlebender sein. Ich werde zum Haus gehen, um zu sehen, wer es ist. Ich sehe nichts, es ist Nacht und ... Oh, Vorsicht! Ich muss sehr vorsichtig sein, nachts mit den Zombies zu kommen ist gefährlich. Außerdem gibt es hier viele Verreiz. Danke fürs Zuschauen. Es gibt ein Herz des Bösen in der Nähe. Es gibt einen Zombie, der explodiert, wenn man ihm zu nahe kommt und eine Giftwolke hinterlässt. Ich muss mich davon fernhalten. Ich sehe den Überlebenden nicht, wo ist er? Ich weiß nicht, wo er ist. Oh, es gibt Probleme. Es gab Zombies in diesem Haus und viele davon. Ich wurde bereits einmal von dem Gift getroffen. Wenn sie mich weiter angreifen, werde ich mich infizieren und das ist nicht gut. Er hat Benzin, das brauche ich. Ich muss beschützen. Dieser Satz bricht ab, es ist nicht möglich, den Kontext zu kennen. Es sind zu viele Zombies zusammengekommen, ich muss schnell anfangen, sie zu töten. Nein, ich habe den Link noch nicht gesehen, aber wenn du möchtest, kopiere ihn in den Twitch Chat und von da kann ich ihn öffnen. Ich bin ziemlich weit über die. Ich bin ziemlich weit über die. Warte, ich sehe einen Screamer. Ich sehe ein Screamer. Das ist ein Screamer. Ich denke, ich werde wild angreifen müssen. Oh nein, ein Schreier. Ich muss von hier weggehen, es werden bald viele Zombies kommen. Ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist, hier zu bleiben. Untertitel von der Amaha-Org-Community Ich werde nicht genug Energie dafür haben, ich muss gehen. Ah, mein Freund kam, um mir zu helfen. Endlich hat er etwas unternommen. Nun, zumindest habe ich die Mission abgeschlossen. Vielleicht hätte ich mich früher über ihre Teilnahme gefreut, aber jetzt denke ich nicht mehr daran. Ich habe bereits viel Lärm gemacht. Ich muss jetzt gehen. Ich habe keine Heiltränke mehr und keine Bandagen mehr. Hallo, wie geht es dir? Was machst du hier? Das kann deine kleine und kindische Persönlichkeit verletzen. Ich habe keine Ahnung. Da ist es schon. Nun, das war es für jetzt. Das war der erste Stream und Aufnahmetest. Danke fürs Zuschauen.